So, jetzt das Ding abliefern. Hoffentlich klappt alles. Guten Spawn bitte. Vielleicht direkt davor. Wieso höre ich noch nichts? Oh, wunderbarer Spawn. Top Spawn. Bin so aufgeregt. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Was ist das? Nice work, man. Nice work, man. Nice work, man. Endlich macht sich das jahrelange Training bezahlt. Nee, ich bin halt. Wir haben das Ding abgegeben. Nach mir die Sinnflut sozusagen. Geil, wenn wir noch ein paar umlegen, wieder ein paar geile Waffen mit rausnehmen. Ein bisschen geiles Gear. Und wenn nicht, dann nicht. So sieht's aus. 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 Das sind meine Jusex, ihr Arschlöcher. Ich lösche alles aus hier. Oh, ich hab da noch genug Munition. Na, bitteschön. Oh, Alter, was? Haben die ne Macke? Was ist das denn hier? Was machen die hier so bester, Alter? Das ist aber nicht ganz dicht. Mensch, doch, ich such die Scheiße. Ja, das kann da drin bleiben, das bringt mir ja nichts. nicht zuerst, Alter. Nicht so aus. Nicht so aus. Ich mache die Dinge, helven. Geh, groen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Davon liegt noch einer. Den hätte ich gern gelootet. Die gesprengt. Der ist ja noch da. Schiff, auf den Weg! Die Arschleuch haben den Skiff einfach ungelegt. Das arme Schwein. Die Arschleuch haben ihn gelegt. Ich habe die Arschleuchte. Das war's für heute. We have casualties. Skate ahead. Was? Was? Oh... Drop! Oh nein! und dann her damit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße! ... 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 Der Factory ist ja geil und er will jetzt immer rein.